okay lasst uns erstmal alle rückgängig machen und von dort aus nein nicht daneben jawoll das haben wir auch geschafft jetzt geht es weiter ach du scheiße das war ein bisschen schwieriger als das alles was davor war weil ich jetzt wieder da hoch muss hallo kamera kamera alles klar wir sind im nächsten raum komm schnell nein wieder daneben das ist doch eher ärgerlich ja gibt es nicht okay das kann ich jetzt komplett vergessen ja jetzt muss ich hier warten oder so dann gehen wir hier hin nein oh mein gott so das nächste page wartet die kamera jetzt mal nicht so ausgetecken würde das nächste page jay und wir sind fertig Hier gibt es sonst nichts mehr, ne? Das war's Heute bin ich nicht so müde wie letztens Ob ich vier Stunden schon in den Stream, ne? Letztens habe ich nach vier Stunden gemerkt, das war richtig anstrengend Aber jetzt geht es eigentlich, ne? Geht eigentlich, ne? Ich glaube, das war das einzige hier unten Mehr gibt es ja nicht mehr Mehr gibt es ja nicht mehr Ähm Wo wolle ich denn hin? Also Ah, wir brauchen noch drei Ich brauche noch drei Pages Dann habe ich die Welt komplett Und noch, äh Noch ein paar Moment, muss ich kurz mal gucken Wie viel Zeit ich noch brauche Und so weiter Äh, genau Zwölf, äh, Pages 143 Federn Und ein Ausdauer-Ding Brauche ich noch Ausdauer Ausdauerblitz Das nenne ich's mal Ach du Scheiße Das fängt ja Filterführend Ja, ist gut Ich weiß Haha, ich will raus Rennen geht's raus Schnell, schnell Was ist denn da noch? Ah, da hinten gibt's einen Tunnel-Eingang Alles klar Richtig Oh, richtiger Fail Richtiger Fail Aber haben wir trotzdem geschafft Was ist denn Pages Was ist denn Pages Hilfe, Kapital Die hat mich Diesen grauenhaften Plattform Kuss Gesteckt Müsst schnell Sein Lebenszeitschloss Öffnen wollt Was? Lass mal die Fail An, ist ein wichtiger Ah Richtiger Fail Richtiger Fail Erstmal die Federn Schön und gut Aufsammeln Okay Ich will abkürzen Tod Oh man Oh man Probieren wir es noch einmal Okay Sonst ist hier nichts mehr Ein Zeitschloss Ja genau Ein Zeitschloss Das knacken wir Seid ihr gerade bei Marvin? Nein Nein, der Marvin ist bei mir Okay Das stimmt ja Ja, was er bei euch ist Ja Ja, super Ich komme hier nicht raus Alles klar Ich habe es doch noch rechtzeitig geschafft Die Pagesheet Die nächste Pagesheet zu holen Ich begrüße den Zuschauer Ich weiß nicht, wer das ist Aber Hallo Da oben geht es auch noch weiter Da habe ich noch viel zu tun Hier Das mit dem Feuer Trauen wir ihn noch nicht Richtig weggebasht Habe ich die Hier ist auch noch was Hallo Wenn Exe Paggie wollen Er müssen Ende vom Kurs erreichen Bevor Zeit ablaufen Immer die mit ihren Zeitrennen Außerdem Exe nicht abschalten Während Speichersymbol Auf Bildschirm Anzeigt Ansonsten Definitiv Nicht bekommen Paggie Ja Paggie Also was sagen Ja Nicht vergessen Exe nichts verpassen Ralfen Sonst kein Paggie Äh Ah Komm runter Lass los Jawohl Ganz knapp Geschafft Richtig geil Und jetzt können wir Wieder abhauen Oh Da kommen wir hier raus Ne Cool Abkürzung Alles klar Da waren wir auch schon Ich will jetzt Hat er noch was zu sagen Hier der Kürbis Ne Nix mehr Okay Oh je Das wird auch Schwer Da oben Wer hat er Die nächste Page Nein Nicht so Ist einfach Aber was muss ich Hier machen Ah ok Das ist die Wahrscheinlich Für Für da drüben Gut dann mache ich Ich schätze mal Die heißen Feuerspiele Hier Da kann ich mir ein bisschen Der Hund bellt schon wieder Mein Gott Ich muss doch Dass es doch Für das hier ist Yay Das nächste Gebiet fertig Jetzt geht es Da unten weiter Ich finde das gut Dass es so Abschnittig ist Dass das so Abschnitte hat Alles los Mit der Zunge Alles klar Ach ne Da muss ich Das hier noch Rausziehen Ach da komme ich Gar nicht hoch Alles klar Hä Was bringt es mir Jetzt wenn ich Jetzt hier bin Gar nichts Hab ich noch Einen schönen Shortcut Gemacht ποs 4 1 2 4 2 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 11 Ja, ja, ja.